Willkommen zu Nirgendum Spielt In Battletech Sollte ich ja mal gucken, dass ich weiterkomme Ich hätte jetzt schon mal geguckt Ob ich vielleicht Mein Centurion, ich habe nur eine AC-2 noch Ich hätte gerne eine AC-10 oder eine AC- irgendwas Aber Haben wir nicht, wir gucken jetzt mal hier Im Store Waffen Aber auch Nichts Vernünftiges Dann gucken wir lieber mal grad Ob man Genau was tun kann Oder ob ich reisen muss Die Priority Mission Werde hier Da müsste ich reisen Wollte ich aber nicht so viel bekommen Aber ein bisschen mehr Salvage Ich glaube das versuche ich mal Weil ich brauche sowieso ein bisschen Zeit bis alles wieder Ich habe das Finanzrapport Ein ganzes Möge Wollte ich Schon mal Ja, den Schädel hat noch Ah, ich hätte vielleicht noch gucken können, dass ich hier noch ein Upgrade einbauen da kann ich nicht, was kann ich hier noch dann kann ich zumindest noch vier Tage warten bis Glitch wieder fit ist oops das ist doof hab ich dann genug Mag-Morriers? ne, hab ich nicht also muss ich warten bis die alle wieder fit sind dann kann ich auch gleich gucken ob ich hier noch was kaufen kann na toll so das hat mich ein bisschen zurückgebracht na gut so 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 und los geht's so 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 Affirmative das ist aber blüterig das ist aber blüterig das ist aber blüterig du betcha hast du so so Got it! Picked up a blip! Aye, aye. I saw it, but I saw it! Try! Try! I saw it! 5! 5! 6! 6! 6! 7! 7! Okay. McRaven. Was ist das? Was ist das? Was ist mit dem Lohn? Was ist mit dem Lohn? Oh, das ist ja schon, ich habe das alles auf. Und noch einer. Irgendwas mit einer PPC in Panta? Stand in by. Fire an owl weapon. Oh, nicht schlecht. Ich muss gleich weg. Ich untersuchen wir erstmal. Eine Cicada. Das treffe ich kaum. Dann Centurion. Das ist gut. Das ist ein wenig Schmerz, Kommander, nichts zu sehen hier zu sehen. Gut zu gehen! Und den sehe ich noch. Ich habe die Chance, ab dem Obst zu treffen. Oh, okay. Dann positionieren wir den Braggle noch mal rein, dann muss ich das noch ein bisschen rein aufgehen. Ja, dann muss ich weg. Komm mal, alle Arschluss. Ich bin ein Heftikst, auf die Restore. Ich habe ein Weapon verloren. Das ist eine Reaktionung für physische Atacke. dass es immer den Shadowhawk erwischen muss. Was ist denn das noch da? Order acknowledged. Aha! Location confirmed. Acknowledged. No contact, of course. Let's see what we are going to do. Okay. I could see a relatively bad move out of here. Oh, what is that? Yes, 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 yes! Oh, no! We are a couple of other fighters. Oh, I was a very different rightw simile. Besser, schon mal der linke Arm weg. Da mal in den Wald stellen. Und auf den Lokus schießen. Der Weg ist. Und noch ein Hunchback. Ich habe die Variante mit der SM-6. Ich bin jetzt etwas vorsichtiger. Ich habe es. Ein bisschen was getroffen habe ich. Da ist noch einer. Und dann kann ich nur mit der LM-10 schießen. Aber auch das geht auf den Hunchback. Oh, okay. Ich bin jetzt der Kitaro. Da ist noch ein Kitaro. Was ist der Hatschlag? Puh! Ich fühle mich nicht um das an. Dann ziehen wir den Tüber auch da hin. Mit dem Hatschlag jetzt noch ein bisschen mehr. Vorbei. Wenigstens die PPT vorbei. Ist das jetzt 20 Grad? Was ist das, Boss? Coordinates received. Solid connection on that one. Was ist der Hatschlag? Was ist das? Was ist der Hatschlag? Was ist das? Oh mein Gott, ich habe es schon mal mit! Das hat etwas gut gemacht. Let's get fired up! There's work to do! I'm taking heavy hits, Commander. Orders? All weapons are go. Target's taken a critical hit. Okay. Hmm, the Keta is still there. It's still over. Waiting for orders! Er hat man nicht so viel abgetrickt. Das macht nichts. Wir fliegen uns zumindest mal, damit wir nicht so einfach zu treffen sind. Jawohl und fällt hin. Ich kann drauf treten. Oh. 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 Armour Breach! Internal Damage! Good to go! Here we go! A critical hit! You can see daylight through my armour! Hey! I lost a weapon! We're still running on fire! We're still running on fire! I'm running on fire! Oh, even on that! Okay, that's a good point! Oh, I won it! Dann können wir noch ein bisschen was vertragen. Oh! Affirmative! Ich muss hier wieder weg und schnell gehen. Decision Strike. Da drauf. Das sollte gut sein. Gut, wir stellen uns da hin. Jawohl. Jetzt haben wir noch den Quintarung und den Mendicator. Gut zu gehen. Roger, das. Okay. Waiting for orders. Affirmative. Mein Arm hat verloren. Ein normaler Typ. Roger das. Kann ich da mal von hinten schießen? Waiting for orders. Fier in. Fier in. tricklinge меня! Tramke. Commander? Huh? That's a critical hit. Two pilots at the top. Two pilots at the top. The turn. Two pilots at the top. Ah! Two pilots at the top. I'm receiving you. One of them. One of them. No! Ready for orders. Firing on rear arc. So nah dran, das war doof. No joy. Easy on the armor, buddy. Ready? Enemy mech. Critical damage detected. Sparse mech. Good to go. Got it. Let's see in the paddock. Gettet posse. Oh no... Yes, Commander. Roger. Check that. Receiving you. Don't jump. Scored a critical hit. All weapons, enemies. Enemy mech, critical damage detected. Commander? He's right, Commander. Let's go. Run. Stand in by. All right. He's still not broken. He's still not broken. The straddle can be found. The manual. He's still not broken. He's still not broken. He's still not broken. Am Pilot ausgeschaltet. Okay. Blöder Anfang, aber hat doch noch geklappt. Okay. Punchback. Tuttle. Du hast ihn schon gemacht. Okay. So. Okay. 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 Das mech ist bereit zu kämpfen, Commander. Wir können auch die Fudge-Archbeck. Schade, mein schöner mit dem Laser. 2x SRM Ammo. SRM Ammo. LRM Ammo. LRM. LRM 5. Und ein Jumpchat. Mit dem Laser. LRM. Logged and Noted. Shouldn't be too hard. Riven. LRM. 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 LRM.